Moin Moin meine Mangos, ich heiße euch alle herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und heute geht es mal um ein Thema, über das ich nicht so oft auf diesem Kanal spreche, aber allgemein Wrestling kam mir schon öfters mal in verschiedener Form auf meinem Kanal vor. Das letzte Mal war glaube ich, dass ich WWE Mellheim gespielt habe Anfang letzten Jahres oder irgendwie über einen Paperwebio geredet habe, aber auf jeden Fall geht es wieder los. Ich habe mir nämlich mal Gedanken gemacht, wie meine perfekte Wrestlemania aussehen würde, das größte Event der WWE im Jahr oder auch allgemein der Weg zur Wrestlemania, also Road to Wrestlemania nach dem Royal Rumble und ja, ich kam da drauf, weil ich nicht so natürlich zufrieden bin, wie die WWE wahrscheinlich den Main Event booken wird und deshalb kam ich auf die Idee, hey, ich mache es doch mal, wie ich es mir vorstellen würde. Ich würde von vornherein sagen, ich bin jetzt sicherlich kein Booking Specialist, also sicherlich gibt es bessere Wege, Wrestlemania Card zu booken, aber wie ich das mit meinen, keine Ahnung, Voraussetzungen, ja, beurteilen kann, was denn eine gute Wrestlemania wäre, habe ich das jetzt einfach mal gemacht und ja, ich hoffe, die gefällt euch, diese Version meiner Wrestlemania, meiner Road to Wrestlemania und ich denke, das war genug der Vorräte und wir können rein starten. Das Letzte, was ich noch hinzufügen will, ist, dass wir hier ab den Royal Rumble starten, also bis zum Royal Rumble ist alles so, wie es die WWE in der Realität gemacht hat, Cody Rhodes ist der Rumble-Sieger und ich starte mit der Raw-Episode nach dem Royal Rumble am 30. Januar und eigentlich ist die auch ähnlich wie die Originale, vor allem dass Cody Rhodes seine emotionale Promo hält, das war eigentlich alles super und wir kommen eigentlich direkt schon zur Smackdown-Episode am 3. Februar, an dem die Bloodline ihren Auftritt hat, wie eigentlich immer bei Smackdown, bloß einer fehlt und das ist Jey Uso, Jimmy Uso hat auch beide Tag-Titles, also vier Titelgürtel im Prinzip dann, mit sich und ja, Roman Reigns, der reagiert eigentlich während seiner Promo so ein bisschen auf die Promo von Cody Rhodes und macht das ein bisschen runter, zieht den ganzen Heat auf sich, weil er auch den Vater von Cody Rhodes beleidigt, ne, der Cody Rhodes redet ja oft von seinem Vater, dass er ihn stolz machen will, blabliblub und auf jeden Fall redet er darüber und dann ertönt plötzlich die Theme, oder der Entrance-Theme von den Uso's und Jey kommt rein in den Ring und er hat eine Forderung an den Tribal Chief, weil er holt nochmal ein bisschen aus, er erklärt, warum er denn, warum er ja die Bloodline im Prinzip verlassen hat nach dem Royal Rumble oder warum das so aussah, ähm, weil er hat natürlich, ganz am Anfang, wie wir alle wussten, Sami Zayn gegenüber sehr skeptisch, war sehr skeptisch, aber dann nach Survivor Series wusste er, dass er loyal, äh, hinter dem Tribal Chief steht, hinter der Bloodline steht und er wurde dann im Prinzip ja eigentlich der, der beste Freund, nenn ich's mal, von Sami Zayn und er ist ziemlich feige fand von Roman Reigns, äh, den zu attraktieren oder er es erstmal auch gar nicht verstanden hat, aber jetzt hat er kapiert, dass Roman Reigns Angst hat vor Zayn, weil Zayn sich zu einem richtigen Leader entwickelt hat, wie Jey Uso findet und er deshalb Angst hat, dass er ihn seinen Status streitig machen kann, aber Jey findet, dass der echte Tribal Chief die Bloodline stark anführen muss, also der darf keine Angst haben, deshalb fordert er Zayn gegen Roman Reigns bei WrestleMania um den Status des ersten Tribal Chiefs, Roman Reigns und eigentlich alle, alle sind aufgebracht, vor allem Sikor, Sikor sieht sogar gar nicht aus, als würde er eingreifen wollen, also handgreiflich werden, Roman Reigns hält ihn davon ab, aber er sagt natürlich, was Jey denn einfällt, dass er den Status von Roman Reigns anzweifelt, ähm, und, ja, dann redet er noch ein bisschen, darüber, wie krass er ist und dann kommt er natürlich noch dazu, dass das eigentlich gar nicht gehen könnte, weil er es schon gegen Cody Rhodes verteidigen muss, ne, er sagt, Jey Uso, das ist kein Problem, er hat das schon vorher abgeklärt, der Pierce kommt raus und sagt, dass von ganz oben die Anweisung kam, dass die World Title nach WrestleMania wieder gesplittet werden soll, also Raw und SmackDown sollen wieder einen Titel haben und er deshalb beide Male seine Titel verteidigen muss, also an beiden Nächten, also bei WrestleMania, Night One und Night Two und da das natürlich krasse Aufgabe ist, weil innerhalb von zwei Tagen zweimal verteidigen, ist natürlich anstrengend, ähm, darf er sich einen der Gegner aussuchen, der Gegner muss dann natürlich noch zustimmen, aber Zayn hat sicherlich, würde sicherlich annehmen und Roman Reigns berät sich dann ein bisschen mit Paul Heyman und nimmt dann an und redet auch so, also die, die Forderung von Jey nimmt er an und redet dann auch so, dass er auch Jey verstehe und dass er ihm überzeugen werde, dass er der echte Tribal Chief ist und Jey wirkt sehr glücklich und sagt, dass er ja auch natürlich Bestandteil der Bloodline bleiben kann, es ging ihm ja nicht darum, dass er Roman Reigns rauswirft, sondern einfach nur, dass der richtige Tribal Chief ermittelt wird, ne, aber innerlich ist Roman Reigns die ganze Zeit über wütend gewesen und hat ein krasses Misstrauen gegenüber Jey, will es Jey bloß nicht wissen lassen. Kommen wir zum nächsten Raw Episode, das ist dann der 6. Februar, da ist eigentlich nur wichtig zu sagen, dass Cody Rhodes, ähm, darauf reagiert im Prinzip und damit sich vollkommen einverstanden erklärt, er kann ja eh nichts tun, kommt ja von ganz oben, der befehlt, Titel werden gesplittet, aber er stellt hier die Forderung, dass er bei Night One auf Roman Reigns trifft, weil er will ihn unverbraucht haben, er will ihn fit haben, weil er will seinem Vater und sich selber beweisen, dass er einen fitten Roman Reigns besiegen kann und er will nicht den Geschwächten, ne, das ist halt Babyface, das muss er machen und, ja, das ist das Wichtige von Raw, nächste Smackdown-Ausgabe findet statt, die Bloodline kommt, ähm, zum, ja, zur Arena, ähm, Jey, also nicht Jey, Jimmy und Solo Secure gehen vorne voran, Roman Reigns bleibt doch zurück und fragt Paul Heyman, wo denn Jey sei und dieser sagt, der habe sich verletzt. Roman Reigns sagt, okay, aber innerlich, ähm, ist er sehr skeptisch gegenüber, weil er vertraut Jey jetzt nicht mehr und nimmt das als Ausrede, dass er Jey sich, äh, im Prinzip mit den anderen Feinden der Bloodline verbünden will und kurz vor dem geplanten Tag-Team-Match zwischen Jimmy und Jey Uso weiter auch die Reste, die Reste der Bloodline, also Jimmy und, äh, äh, Secure darin ein, dass er Jey nicht traut und, da es jetzt sehr viele Feinde der Bloodline gäbe, macht er im Prinzip eine Aufgabenzuweisung, dass sich Solo Secure um Cody Rhodes kümmern soll, Jimmy um Jey, weil das natürlich sehr schade wäre, wenn Jey rausfällt, na, also Jimmy, äh, er hat natürlich jetzt eine gewisse Paranoia gegenüber allen, weil wenn Jey schon so ankommt mit dieser Forderung, dann färbt das vielleicht auch auf Jimmy ab, also der Tribal Chief ist jetzt sehr, äh, paranoid, das ist eigentlich sehr gut beschreibbar, ähm, und er selber wird sich um Zane kümmern. Ja, dann kommt das Tag-Team-Match, Secure ersetzt hier Jey, also Secure und Jimmy verteidigen die Tag-Team-Title gegen Ricochet und Braun Strowman, die sich in einem Tournament durchgesetzt haben und deshalb, äh, Herausforderer Nummer 1 sind, sie verteidigen, ähm, nach dem Match kommt Braun Rance zum Ring und sie verprügeln, äh, Strowman und Ricochet, also die gesamte Bloodline, und da taucht Zane das erste Mal wieder auf, mit einem Stahlstuhl und er prügelt Roman Reigns, Roman Reigns, oh, wie schwierig, ziemlich ein, kassiert dann aber den Superkick von Jimmy und ist im Prinzip dann erstmal niedergeschlagen. Kommen wir zur nächsten War-Episode, die erste, oder die letzte, nicht die erste, die letzte, die letzte For Elimination Chamber, Cody Rhodes am Anfang auf den Weg in die Arena oder schon in der Arena, wird vor allem von Secure attackiert, Jimmy ist auch dabei, aber vor allem Secure, ähm, ja, setzt ihm zu und er kann dann, was auch immer für ihn geplant war bei der Show, er kann zu keinem Match antreten oder so, er hat ihn im Prinzip für diesen Tag ausgeschaltet, also er hat Tribal Chief die Anforderungen, die Aufgabe erfüllt, ihn auszuschalten. Genau, das ist bei Raw und außerdem, jetzt ganz kurzer Nebeneffekt, es geht ja eigentlich nur um die Bloodline-Story, alle anderen Matches, die werde ich nicht ganz so ausführlich erklären, ähm, aber was ich ganz interessant finde, was ich mir gedacht habe, Austin Theory ruft eine Open Challenge für Elimination Chamber aus, weil er ja Bobby Lashley und Seth Rollins, die beiden krassen Wrestler, besiegt hat und es jetzt eh keinen mehr gibt, der ihm das Wasser reicht und deshalb ist er so fair, weil er ist ja so ein guter Mensch, dass er einem da draußen von den Opfern, äh, im Prinzip die Chance auf den Titel, auf einen Titelkampf auf dem Teller serviert. Aber, ähm, das haben wahrscheinlich viele persönlich genommen, deshalb kommen fünf Wrestler raus, ähm, die eine Anforderung auf den Titelkampf stellen und Austin Theory will sich schon den Schwächsten von denen raussuchen, da kommt er dem Piers raus und sagt, es wird doch mal ganz schön wieder ein Leather-Match, um einen Mid-Cut-Title zu haben und das wird dann auch offiziell für Elimination Chamber gemacht. Das war natürlich jetzt nicht Furious' Absicht gewesen, seine Chancen auf einen erfolgreichen, ja, auf eine erfolgreiche Titelverteidigung so zu reduzieren, weil je mehr Gegner, desto wahrscheinlicher der Titelverlust, aber es ist offiziell. Ähm, und damit kommen wir jetzt zu SmackDown, zu der SmackDown-Ausgabe. Vor Elimination Chamber, ich hab vergessen zu erwähnen, dass, äh, als Secoa Cody Rhodes ausgeschaltet hat, dass Zane den Safe macht, ja. Also er macht den Safe, er schafft es beide zu vertreiben, hier bleibt er standhaft, nicht wie bei SmackDown davor, ähm, aber Cody Rhodes ist natürlich erstmal durch gewesen für den Tag. Hier kommt es beim SmackDown dann zu einer Konfrontation zwischen, äh, den Usos, wo bei Usos immer noch das falsche Wort, weil Jay ist ja immer noch Storyline-technisch verletzt, Jimmy, Secoa und Roman Reigns, äh, sind dabei und Paul Hammond natürlich auch und es kommt zu einer Konfrontation im Man-Event zwischen Dane und Sami Zane und Cody Rhodes und es wird ein Tag Team Match offiziell gemacht zwischen Zane und Cody gegen Secoa und gegen Jimmy, Jimmy Usos. Und damit haben wir dann die, äh, Elimination Match Card. Das erste Match wird ein Elimination Chamber Match sein, wo Roman Reigns seine Titel verteidigt, seine beiden. Äh, die Teilnehmer wurden in den Raw und SmackDown-Erskampf vor Elimination Schemper ausgekämpft. Ähm, ja genau. Zwei Teilnehmer von Raw, äh, das sind einmal, äh, Seth Rollins und Bobby Lashley und von SmackDown sind das Drew McIntyre und Gunther. Ähm, falls es euch interessiert, ich hab, ähm, ja, gesagt, ähm, ähm, dass sich, ähm, Gunther qualifiziert, indem er Seamus und Karrion Kross besiegt und Rawlins, äh, setzt sich gegen Edge und Vaila durch, McIntyre gegen Braun Strowman und Alien Knight und Lashley gegen Omos und Austin Theory. Wie ihr gemerkt habt, das sind nur eigentlich fünf Teilnehmer mit Roman Reigns. Der sechste wird ein Überraschungsteilnehmer sein, der es bei Elimination Schemper bekannt geben wird und das ist Matt Riddle, ja. Ja, seine Rückkehr nach einer sehr langen Zwangspause und Elimination Chamber, Roman Reigns kann erfolgreich verteidigen, ähm, ja, ein paar alte, äh, Rivalitäten, Flammen auf zwischen Gunther und, äh, naja gut, Gunther, Drew McIntyre haben jetzt, das ist eher eine neue Rivalität, ne, Gunther und Sheamus hatten ja natürlich eine Vergangenheit und jetzt ist McIntyre der Kumpel von Sheamus mit Gunther im Ring und da wird im Prinzip sowas Neues angedeutet, genauso wie zwischen, äh, Riddle und Bobby Lashley, wobei das eher alte Geschichten sind, genauso wie Riddle und Seth Rollins, ähm, aber Roman Reigns kann alle am Ende besiegen und verteidigt den Titel. Dann kommen wir zum zweiten Match auf der Card, das ist ein, äh, was war das zweite Match? Ah ja, das Sledder-Match, Austin Fillory, verteidigt, gegen wen hat er verteidigt, was habe ich mir aufgeschrieben? Fünf Gegner, das waren einmal Bronson Reed, Damian Priest, Dolph Ziggler, Baron Corbin und Montes Ford. Ähm, er setzt sich durch, am Ende mit etwas Glück und dann kommen wir schon zum dritten Match, das wäre dann, ähm, das Match Rhea Ripley gegen, ähm, diese nochmal Beth Phoenix, genau, wo sich, äh, natürlich Rhea Ripley durchsetzen kann. Das vierte Match wird sein, ähm, das wird das Elimination Chamber Match der Frauen, glaube ich, oder? Ja, das ist das Elimination Chamber Match der Frauen, ähm, wo die Charlotte Flair ihren Smackdown-Titel verteidigt. Also, äh, Bianca Balea hat keinen Auftritt. Der, äh, Co-Main-Event ist der Sieg von Edge gegen Finn Balor in einem, ja, ich weiß gar nicht, Steel Catch oder Hell in a Cell Match. Ich würde jetzt mal spontan Steel Catch, ich glaube, so war es auch mal angekündigt, wobei es wahrscheinlich jetzt erst bei WrestleMania stattfinden wird, aber bei mir halt schon bei Elimination Chamber. Edged, Hometown, Hometown Hero, also ist in Kanada, dann ist es eigentlich eher Home Country, gewinnt das und im Main Event stehen ein paar andere Kanadier, Sami Zayn und Cody Rhodes gegen die Bloodline, wo sich schlussendlich, ähm, Dings durchsetzen können, nämlich, ähm, die Dingens, die Sami Zayn und Cody Rhodes Team mit einer Rückkehr von Kevin Owens, also, der war ja seit War Rumblings dabei, der hilft ein bisschen aus, weil es danach ausgeschaut hat, als ob Roman Reigns eingegriffen hätte und der hat uns danach verpasst, ja. Genau, also auf jeden Fall, Elimination Chamber ist rum. Und damit endet auch das Video. Denn der Mango-Baum hat sich gedacht, hey, das Reinschneiden der Bilder braucht ja Stunden. Ich teile das Ding einfach in zwei Teile. Morgen kommt dann Kapitel 2 von Road to WrestleMania. Falls das Video euch gefallen hat, schreibt das gerne in die Kommentare. Oder nutzt einfach den Kommentar des Tages Hashtag Sami ist der beste Fuck you Cody. Das freut den Mango-Baum und den Algorithmus. Also macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Musik Musik